Nach den schweren Überschwemmungen in Südafrika werden mittlerweile mehr als 500 Tote befürchtet. Die Zahl der bestätigten Todesopfer stieg weiter an. Die Zahl der Todesopfer liegt jetzt bei 443. Wir möchten der Bevölkerung und den Familien eines unserer Rettungsteammitglieder unser Beileid und Mitgefühl aussprechen. Im Osten Südafrikas hatte tagelanger Starkregen die Hafenstadt Durban und ihre Umgebung unter Wasser gesetzt. Mittlerweile haben die Regenfälle nachgelassen, die Such- und Aufräumarbeiten sind aber noch lange nicht abgeschlossen. Teile der Stadt sind ohne Strom und fließendes Wasser. Mehr als 40.000 Menschen sind durch die Fluten obdachlos geworden.